Hallo YouTube, willkommen zu einem Video zum sogenannten Residuensatz. Die Frage kam von Senior Ding Dong, der gefragt hat, was ist der Residuensatz? Und ich will es einmal versuchen zu erklären. Wir haben ein Wegintegral über irgendeine geschlossene Kurve Gamma, einer Funktion f, multiplizieren das mit einem Normierungsfaktor 1 durch 2pi und dann soll das auf magische Art und Weise irgendeine seltsame Summe werden. Anstatt das Integral wirklich auszurechnen, müssen wir nur irgendeine seltsame Summe ausrechnen. Das sagt uns dieser Residuensatz. Und diese seltsame Summe will ich mit euch erklären, zeigen was diese seltsame Summe ist und dann will ich auch erklären, warum dieser Residuensatz überhaupt funktioniert. Zuerst einmal schauen wir uns aber an, was die Bedingungen sind. Die Bedingungen sind, dass unsere Funktion von den reellen nach den komplexen Zahlen abbildet, nicht zum Beispiel von den komplexen nach den komplexen, dass f holomorph ist und zum Beispiel auch, dass das Gebiet einfach zusammenhängt ist. Dazu später noch mehr. Erst einmal schauen wir uns aber an, was f holomorph überhaupt heißt. f holomorph heißt, dass unsere Funktion f komplex differenzierbar ist. Und ohne da jetzt in die Genauigkeiten der Krautschi-Riemann-Differenzialgleichung einzugehen, die ganz schrecklich sind, sage ich einfach mal, dass das Ganze entspricht so etwas, wie dass die Rotation von f gleich 0 ist. In der reellen, imaginären Ebene, in der komplexen Ebene, ist diese Rotation eigentlich gar nicht so wirklich definiert. Deswegen, nehmt das hier mal auf die leichte Schulter, nehmt das hier mal nicht ganz so ernst. Das ist nur ungefähr, heißt das, dass die Rotation von f gleich 0 ist, wenn wir das Ganze nämlich als zweidimensionalen Vektorraum anstatt als komplexen Vektorraum identifizieren würden. Schauen wir uns nun an, was diese verschiedenen Werte hier sind, dieses IND und dieses RES hier vorne. Das IND ist die WINDungszahl, die Windungszahl. Die Windungszahl von dieser Kurve Gamma um einen Punkt Zeta. In diesem Fall hier den Punkt AK, über den ich gleich noch was sagen werde. Aber erst einmal ist das einfach um einen Punkt Zeta, ist die definiert. So, was heißt das mit der Windungszahl? Die Windungszahl heißt, dass wir uns anschauen, wie oft sich eine Kurve um einen bestimmten Punkt rumwindet. Schauen wir uns diesen Punkt an, dann windet sich unsere Kurve einmal um den Punkt rum. Wow, wir gehen hier durch, einmal hat sich rumgewunden und dann gehen wir weiter durch und wow, gehen wir noch ein zweites Mal um den Punkt rum. Das heißt, wir sind zweimal um den Punkt rumgelaufen, die Windungszahl ist 2. Schauen wir uns an, was wäre passiert, wenn unser Punkt woanders gelegen wäre, zum Beispiel wenn er hier gewesen wäre. Dann würden wir hier einmal rumlaufen und wow, wir sind das erste Mal rum. Das ist jetzt eine Windung und die zweite Windung geht gleich um den Punkt rum. Die geht hier drinnen lang, das heißt, hier vorne liegt der Punkt gar nicht im umschlossenen Gebiet von diesem kleinen Kurventeil, das heißt, der trägt gar nicht zur Windung mit bei. Das heißt, die Windungszahl zählt wirklich, wie oft sich eine Funktion um einen Punkt rumwindet. Und das übrigens in der mathematisch positiven Art und Weise, das heißt gegen den Uhrzeigersinn, nicht mit dem Uhrzeigersinn. Das R, E, S hier vorne ist das sogenannte Residuum, daher auch der Residuum-U-Ensatz. Das Residuum von der Funktion f an dieser Stelle, Xeta hier vorne. Und das Ganze ist definiert als 1 durch 2 Pi mal dieses Set zum Kurvenintegral über eine Epsilon-Kurve um den Punkt Xeta der Funktion f von Z, D, Z. Aber das Ganze können wir auch viel leichter machen, und zwar nehmen wir hier vorne einfach den minusersten Koeffizienten der komplexen Taylorentwicklung, die sogenannte Laurententwicklung. Wir nehmen also eine komplexe Taylorentwicklung der Funktion f, Z um diesen Punkt Zeta rum. Die sieht dann zum Beispiel aus wie 2 mal Z minus Xeta zum Quadrat oder hoch 3 und dann noch dazu, Ups, Entschuldigung, noch dazu sowas wie 1 durch Z minus Xeta. Das ist jetzt einfach mal irgendeine beliebige Entwicklung hier vorne. Schauen wir uns mal die Koeffizienten an. Der Koeffizient vor dem Term mit der dritten ist C3, ist gleich 2, und C minus 1 ist hier in diesem Fall 1. Das Interessante ist, was man bei der reellen Taylorentwicklung niemals machen dürfte, ist, man darf hier vorne auch negative Exponenten zulassen. Das heißt, hier ist das hier auch zulässig. In der reellen Taylorentwicklung müsste man das hier weiter tailern, so in welchen 1 plus Z oder sowas. In der komplexen Taylorentwicklung ist das hier vollkommen zulässig. Komplexe Taylorentwicklung bezieht sich sowohl auf negative als auch auf positive Exponenten. Wir nehmen bei dieser Entwicklung einfach den Exponenten mit der minus 1. Das heißt, wir nehmen den Vorfaktor von dem Exponenten mit der minus 1 und das ersetzt uns dann diese ganze Residualrechnung. Dieses ganze Integral hier vorne können wir einfach ersetzen durch diesen minus ersten Koeffizienten dieser Taylorentwicklung. Warum das der minus 1. und nicht der 581.322 ist, dazu gleich noch mehr. Schauen wir uns aber erst einmal an, was wir also insgesamt gemacht haben. Insgesamt haben wir gesagt, wir haben irgendein unglaublich mega kompliziertes Kurvenintegral über die seltsamste Kurve, die ihr jemals gesehen habt, die euren Kopf explodieren lässt. Und wir können das Ganze zerlegen in, oh wir zählen mal wie oft das um einen Punkt rum geht und dann multiplizieren wir das mit diesem Taylor-Koeffizienten und dann sind wir fertig. Wir müssen nichts machen, wir müssen kein Kurvenintegral ausrechnen, wir müssen gar nichts machen. Das heißt, dieser Residuensatz erlaubt es uns, solche seltsamen Mega-Kurvenintegrale viel stärker zu vereinfachen, als wir es jemals gedacht hätten. Jetzt natürlich die Frage, wieso, warum, was ist der Sinn dahinter? Und der Sinn dahinter ist, dass es im Endeffekt so etwas, ein komplexes Äquivalent zum Satz des Stokes ist. Und zwar, was sagt der Satz von Stokes? Der Satz von Stokes sagt, dass das Kurvenintegral über alle Funktionen f über eine geschlossene Kurve Gamma gleich 0 ist. Und warum? Naja, wenn man den Satz von Stokes anwenden würde, würde da stehen, das ist einfach, dass über die Kurve eingeschlossene Gebiet, das nenne ich jetzt einfach mal Gebiet von Gamma oder ich nenne es einfach mal nur G oder wie auch immer ich das nennen will, über dieses Gebiet wird die Rotation integriert über diese Fläche hier vorne und das ist einfach gleich 0. Aber ist es das? Und jetzt kommt der große Unterschied. Wenn wir, Ausrufezeichen, wenn wir das Ganze hier definieren für eine gut differenzierbare Funktion auf einem nicht nur einfach zusammenhängenden Gebiet, sondern an einem zusammenziehbaren Gebiet, das ist viel schwieriger, das zu erreichen. Wenn wir das Ganze auf einem zusammenziehbaren Gebiet definieren würden, dann würde dieser Satz von Stokes gelten und das hier wäre wahr. Für alle Funktionen f, die so definiert sind, für alle Holomorphen Funktionen f wäre das dann einfach gleich 0. Zusammenziehbar heißt, dass wenn wir hier vorne irgendeine Kurve drin haben und wir versuchen, die Kurve irgendwie wie so ein elastisches Gummi hier zusammenzuziehen, dann darf sie nicht an so eine Stelle kommen, wo man sie nicht weiter zusammenziehen kann, zum Beispiel hier vorne. Da wäre hier so ein ausgeschnittener Teil, um den kann man diese nicht weiter zusammenziehen. Aber wir setzen nur voraus in unserem Residuensatz, dass das ganze Ding hier vorne einfach nur einfach zusammenhängt ist. Und das geht schon, wenn das Gebiet einfach nur aus einem Stück ist. Und das Gebiet darf dann seltsame Art und Weisen haben, dann trotzdem nicht zusammenziehbar zu sein. Denn zum Beispiel, das Gebiet hier vorne ist ja auch aus einem Stück. Das hier vorne ist alles ein Stück. Ein Donut-Stück. Aber das Problem ist, man kann es trotzdem noch nicht zusammenziehen. Also gilt das hier vorne im Komplexen nur dann, wenn wir eine Stelle haben ohne signifikanten Pol. Das gilt im Komplexen für alle Stellen ohne einen besonderen signifikanten Pol. Und diesen signifikanten Pol werden wir gleich genauer kennenlernen. Und zwar ist dieser besondere Pol 1 durch z. Und das darf ein beliebiger Pol der Art 1 durch z sein. Das darf ein Pol sein der Funktion 1 durch z e hoch 13 z Quadrat plus 87 345 9 Affen mal 1 durch z mal der Affe von Gengis Khan. Keine Ahnung. Aber er muss sich nicht so verhalten wie ein 1 durch z Pol. Und dazu gleich noch mehr. Wenn wir einen solchen Pol haben, dann gilt diese ganze Aussage trotz der Holomorphität nicht. Und das liegt daran, dass das Ganze einfach nur ein einfach zusammengebendes Gebiet, aber kein zusammenziehbares Gebiet ist. Warum gilt das nur für diesen 1 durch z Pol nicht? Warum gilt das nicht auch für den 1 durch z hoch 3 Pol oder den 1 durch z hoch 7 Pol nicht? Das könnte doch da auch nicht gelten oder nicht. Es hört sich doch seltsam an, dass das nur für eine Polstelle nicht gelten sollte. Und da schauen wir uns einmal die Aufleitung von diesen Funktionen an. Von 1 durch z hoch 3 ist das irgendein Vorfaktor mal 1 durch z Quadrat. Von 1 durch z hoch 24 ist das 1 durch z hoch 23 mal irgendein Vorfaktor. Von z hoch 7 ist das z hoch 8 mal irgendein Vorfaktor. Aber von 1 durch z ist das Logarithmus z mal irgendein Vorfaktor. Das ist der essentielle Unterschied, der alle anderen Potenzen von z unterscheidet von dieser 1 durch z Potenz. Weil dort bei der 1 durch z Potenz ist das nämlich der Logarithmus von z anstatt irgendeine weitere Potenz. Das heißt, überall ist das einfach eine weitere Potenz. Überall ist das gar kein Problem hier vorne. Aber wenn da 1 durch z steht, dann wird das auf einmal zum Problem. Und ich werde euch jetzt erklären, warum das so ist. Und zwar, wenn wir ein z hoch n hier vorne integrieren mit einem ganzteiligen n, dann ist das einfach n mal z hoch n plus 1, wenn das n hier vorne nicht minus 1 ist. Wenn das n aber minus 1 ist, ist das aber Logarithmus von z. Ganz wichtig, ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das Schöne ist, eine komplexe Zahl mit ihrem Realteil und ihrem Imaginärteil können wir als Realteil und Imaginärteil darstellen oder als Länge und Phase. Und zwar ist ihre Länge einfach definiert als Wurzel aus Imaginärteil zum Quadrat plus Realteil zum Quadrat. Das ist die Länge, die nenne ich einfach mal R. Und ein Winkel Phi gegenüber der x-Achse. Der wäre dann der Arctangens von dem Imaginärteil durch den Realteil. Und es gibt sehr viele Art und Weise, wie man diese herausfinden kann. Ob man jetzt z mal z komplex benutzt oder was auch immer, ist mir vollkommen egal. Auf jeden Fall kann man eine Zahl so zerlegen. Und das Interessante ist dann, was passiert mit einem Integral über einen solchen Epsilon-Ball? Die Definition des Residuums hat ja was mit Epsilon-Bällen zu tun. Da sollten wir über so einen Epsilon-Ball um Xeta sozusagen integrieren. Was passiert, wenn wir das jetzt machen mit einer beliebigen Potenz? Was passiert, wenn wir das machen mit dem Logarithmus? Bei einer beliebigen Potenz, bei einer beliebigen ganzteiligen Potenz, dann haben wir hier vorne irgendeinen Teil, wo das n vorsteht, das ist irgendein Vorfaktor. Dann steht hier noch das R auf n plus 1. Da integrieren wir irgendeinen Radius über so einen Epsilon-Ball. Das Interessante ist aber, was hier hinten passiert. Dort haben wir die Phase und die integrieren wir von 0 bis 2 Pi, weil wir einmal um einen Kreis herum wollen. Das ist von 0 und da gehen wir einmal ganz rum und das ist 2 Pi. Dann haben wir einen ganzen Kreis voll oder auch so einen Epsilon-Ball. Ein Epsilon-Ball ist einfach ein Kreis mit dem Radius Epsilon. Um einen Kreis zu durchlaufen, müssen wir aber vom Winkel her von 0 bis 2 Pi integrieren. Und das ist die Krux an der Sache. Das ist das Problem. Da entsteht das ganze Problem. Und zwar haben wir dort einmal E hoch 0, wenn wir das einsetzen in dieser Stammfunktion. Das ist einfach 1. Das ist kein Problem. Aber dann haben wir auch noch E hoch 2 Pi mal n plus 1 mal i. Und dann denken wir uns, oh mein Gott, das können wir gar nicht lösen. Und da sage ich euch einfach, entweder ihr kennt das Ergebnis schon, das ist nämlich eine 1, oder ihr macht es euch nochmal eben ganz kurz klar. Das Ganze hier ist Cosinus von 2 Pi mal n plus 1 und i mal Sinus von 2 Pi mal n plus 1. Das Ganze aufgelöst nach der Eulerschen Formel für solche komplexen Exponentialfunktionen. Und das Schöne ist jetzt, schauen wir uns einmal an, was das ist. Wir laufen jetzt also 2 Pi mal n plus 1 eine Periode lang. Und dann gucken wir uns an, was passiert. Wir fangen an bei der 1. Und dann gehen wir eine Periode weiter, sind wieder bei der 1. Wir werden eine Periode weiter, sind wir wieder bei der 1. Wir werden eine Periode weiter, sind wir wieder bei der 1. Und es ist egal, wie viele Perioden wir gehen. Solange wir ganzzahlig viele Perioden gehen, ist das hier einfach eine 1. Beim Sinus fangen wir an bei der 0. Gehen wir eine Periode weiter, sind wir wieder bei der 0. Gehen wir eine Periode weiter, sind wir wieder bei der 0. Gehen wir eine Periode weiter, sind wir wieder bei der 0. Egal, wie viele ganzzahlig Perioden wir beim Sinus gehen, ist es einfach eine 0. Das heißt, was da insgesamt rauskommt, ist einfach die 1. Sehr interessant. Sehr interessant. Also, da kommt eine 1 raus. Das heißt, dieses ganze Integral wird 0, weil der hintere Teil 0 wird. Für jede ganzzahlige Potenz von z ist der hintere Teil 0 und damit das Ganze hier vorne einfach gleich 0. Schauen wir uns das aber an für den vorderen Teil. Beim vorderen Teil, äh, für, für, nicht beim vorderen Teil, sondern schauen wir uns das an für unsere andere Funktion, für unsere Logarithmusfunktion, für unsere einzige Aufleitung, die anders ist. Die einzige Möglichkeit, dass es anders ist, dass es eine einzige z-Funktion ist, dann ist die unsere Aufleitung der Logarithmus und wir schauen uns an, was beim Logarithmus passiert. Beim Logarithmus haben wir einen Teil, wo wir einfach den Logarithmus von R haben. Der interessiert uns gar nicht. Aber, wir haben auch einen Teil, wo wir i mal phi haben. Und das liegt daran, dass ich hier vorne die Logarithmusregel anwende. Logarithmus von a mal b ist Logarithmus von a plus Logarithmus von b. Logarithmus von e hoch irgendwas ist einfach dieses irgendwas. Das heißt, da kommt raus Logarithmus von a plus e hoch, äh, Logarithmus von e hoch, i mal phi oder auch i mal phi selber. So, wenn wir da jetzt 2pi und 0 einsetzen, dann bleibt übrig 2pi mal i. 2pi mal i ist das einzige, was übrig bleibt. Das Ganze hier geht aber mit jeder Funktion mit signifikantem Pol. Das heißt, mit jeder Funktion, die einen 1 durch z-artigen Pol hat. Die Funktion 1 durch z oder 7 durch z oder 9 durch z ist nicht, nicht, nicht die einzige Funktion, die das machen kann. Sondern sie ist nur eine der Funktionen, die einen solchen artigen Pol haben kann. Das Interessante ist aber, was passiert, wenn wir eine beliebige Funktion in dieser Laurent-Reihe entwickeln. Wenn wir eine beliebige Funktion in dieser Laurent-Reihe entwickeln oder halt in der komplexen Taylor-Reihe entwickeln, merken wir, merken wir sofort, ob diese Funktion einen 1 durch z-Pol hat. Diese Funktion hat nämlich immer dann einen 1 durch z-Pol. Naja, wann ist das? Naja, wenn dieser c minus 1-Koeffizent hier vorne nicht 0 ist. Weil das der einzige Koeffizent ist, der mit z minus zeta hoch minus 1 geht. Der einzige, bei dem die Aufleitung einen Logarithmus ergibt. Bei allen anderen sind das weitere Potenzen. Das heißt, der einzige, bei dem dieser e hoch e-Vträgt funktioniert. Das heißt, der einzige, bei dem das 2Pi mal i ist. Oh, 2Pi mal i. 1 durch 2Pi mal i mal 2Pi mal i ist einfach nur noch der Koeffizent. Das heißt, wir haben gerade bewiesen, dass das Residuum einfach nur noch dieser minus 1. Koeffizent der Laurent-Entwicklung ist. Sehr gut. Jetzt schauen wir uns an, was wir noch so cooles machen können. Das war also gerade dieser lange Beweis hier vorne. Jetzt schauen wir uns an, was wir noch machen können. So, hier vorne, das habe ich euch schon gesagt. So, jetzt, die Windungszahl zählt nun, wie oft der Pol der Stärke C hoch minus 1 durchlaufen wird. Und die ist definiert, die Windungszahl, als dieses seltsame Integral hier vorne. Und diesmal werde ich euch das nicht beweisen, warum das so ist. Aber ihr könnt mir hoffentlich glauben, dass das genau 2Pi mal die Anzahl der Durchläufe ist, dieses Integral hier vorne. Und das wird mit 1 durch 2Pi multipliziert. Und dementsprechend ist das einfach noch die Anzahl der Umläufe. Das heißt, unser komplettes Linienintegral hier vorne ist scheinbar einfach, hier vorne, die Anzahl der Umläufe mal diese C minus 1 Koeffizenten um den jeweiligen Punkt AK, der um den Punkt AK herum expandierten Laurent rein. Jetzt ist aber die Frage, warum sage ich, dass es einfach gilt? Und das hier vorne will ich euch auch erklären. Warum gilt das Ganze? Das Ganze gilt, weil, solange wir keine Nullstelle durchlaufen, äh, keine Polstelle sollte da stehen, also eine PS, keine NS. Solange wir keine Polstelle durchlaufen, ist das Ganze einfach gleich Null. Das interessiert uns gar nicht, wenn wir nicht eine besondere Polstelle durchlaufen, weil dann sind einfach alle Integrale immer gleich Null. Wie nach dem Satz von Stokes. Durchlaufen wir aber so eine Nullstelle, dann kriegen wir dort 2Pi mal das Residuum raus. Jetzt habe ich die Frage, hm, wie komme ich darauf? Naja, schauen wir uns einmal die Definition des Residuums an. Das Residuum ist definiert als 1 durch 2Pi mal so ein Epsilon-Ball. Das heißt, was ich hier sage ist, das Ganze hier vorne ist einfach das Integral über ein Epsilon-Ball. 2Pi durch 2Pi mal das Integral über ein Epsilon-Ball. Das heißt, ich sage, das Ganze hier vorne wird dann zu dem Integral über ein Epsilon-Ball um diese Nullstelle rum. Und ich zeige euch jetzt auch, warum. Das Ganze hier oben kann man nämlich zerlegen in das Gebiet, wo der Epsilon-Ball nicht drin ist und das Gebiet, wo ein Epsilon-Ball drin ist. Das heißt, wir zerlegen jetzt unser Gebiet, wo, 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 in ein Teil, wo unsere Polstelle drin ist und ein Teil, wo die nicht drin ist. Das sieht dann so aus. Das hier vorne ist unser B-Epsilon, unsere Epsilon-Kugel um diese Problemstelle rum. Und der Rest, im ganzen restlichen Gebiet, ist das Integral einfach gleich 0. Das interessiert uns gar nicht. Das heißt, was wir nur noch ausrechnen müssen, ist dieses Integral um den Epsilon-Ball. Und das ist, meine Damen und Herren, 2Pi mal das Residuum oder 2Pi mal diesen minus 1-Einko-Einzenten. Was passiert aber, wenn wir jetzt mehrmals diese Nullstelle durchlaufen? Wenn wir jetzt mit unserer Funktion Gamma nicht nur irgendwie einmal da rumlaufen, sondern was passiert, wenn wir mit Gamma 2-mal, 3-mal, 5-mal, 7-mal, 9-mal da rumlaufen? Was passiert dann? Das haben wir gar nicht berücksichtigt. Wir haben einfach gesagt, oh, das kann man aufteilen, diese beiden verschiedenen Integrale und dann tun wir das einfach wieder zurück nach dem Satz von Stokes und dann funktioniert das hoffentlich schon alles. Das Problem ist, funktioniert aber eigentlich nicht einfach so alles. Und das Ganze funktioniert nämlich nur dann, wenn wir es wirklich nur einmal umlaufen. Wenn wir es mehrmals umlaufen, müssen wir es irgendwie berücksichtigen. Wie berücksichtigt man das? Naja, man multipliziert es einfach mit der Windungszahl. Man sagt einfach, ja, wir haben es fünfmal umlaufen, also muss das auch fünfmal dieser Wert sein. Fünfmal nehmen wir diesen Problemwert sozusagen auf. Normalerweise wäre es Null. Jedes Mal, wenn wir das umlaufen, nehmen wir aber einen solchen Problemwert auf. Und jedes Mal, wenn wir eine signifikante Polstelle durchlaufen, umlaufen, nehmen wir einen solchen Wert auf. Wenn wir die 15 Mal durchlaufen, dann nehmen wir 15 Mal den Wert dieser signifikanten Polstelle auf. Was passiert, wenn wir aber nicht nur eine Polstelle haben, sondern sieben? Naja, dann müssen wir das einfach für jede einzelne Polstelle machen und das hinterher aufsummieren. Und das ist der Residuensatz. Jetzt teile ich noch durch 2pi und es steht da folgendes. 1 durch 2pi mal das Integral über eine geschlossene Kurve Gamma der Funktion f ist einfach die Summe über die Windungszahlen mal die Residuen. Das Schöne ist, die Windungszahlen kann ich mir anschauen, zum Beispiel 2 oder 7 oder 9 oder sowas. Und die Residuen kann ich einfach eine Telexpansion oder eine komplexe Telexpansion machen und dann einfach den c-1 Koeffizienten nehmen. Und dann bin ich fertig. Das war's. Fertig. Und ich muss kein langes, kompliziertes, seltsames Integral ausrechnen. Das ist der Sinn vom Residuensatz. Das ist der Residuensatz erklärt. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe schon über eine Stunde versucht, dieses Video aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat es wenigstens gefallen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Geht's.